willkommen zu einer weiteren folge minecraft staffel 3 wir bauen den gleichen holz ab und nehmen ein bisschen für unser bauernhaus wieder mit und da aus dem rest können wir gleich noch ein bisschen spitzhacken produzieren ich denke mal das reicht vorerst verbraten wir erstmal dort einzelne dinge noch und zwei spitzhacken sollten glaube ich erreichen sowie stellen kriegen wir jetzt eh nicht mit verdammt verdammt dann lieber doch noch ein bisschen holz nach dem schlafen gehen interessanter baum den lasse ich erst mal so okay ich glaube das reicht dann auch so theoretisch müsste ich noch ein bisschen wolle verbraten hellgrün sieht das aus keine ahnung vielleicht sollte ich erstmal mit weiß markieren weiß ist jetzt nicht unbedingt der mega bürger grün wenn ich die hellblaue sieht glaube ich ganz gut aus so violette mal gucken wie das aussieht geht eigentlich und die rosa lila oder rosa ich glaube ich nehme rosa und hier machen wir wieder eine querreihe mit vielleicht türkis rot haben wir aber noch gar nicht eigentlich eingebaut ist eigentlich auch egal türkis passt so haben wir das auch fertig die treppen können wir auch gleich verwenden oder nämlich statt dem hellblauen doch lieber rot ich glaube ja ich glaube ja die приветis theoretisch variere gleich weder und es macht auch etwas oder nicht klick klassisch kochen nack gekл ets Ich hasse Treppen. So, und da habe ich es ja ganz gelassen, glaube ich. Zack, hier das Gleiche. Das passt so weit, okay, und auf der Seite müssen wir das natürlich auch noch machen. Mal gucken, ob zwölfe erstmal reichen, vermutlich nicht. Vermutlich doch. So. Dann noch gleich ein paar Zäune. 24 sollten reichen. Locker. So. Verdammend, was machen wir jetzt mit dem Rest? Hm. Geht sogar. Nein. So. Jetzt können wir uns bloß noch ein bisschen Holz holen. Und dann brechen wir wieder auf. So. 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 Nur gefällt nämlich die Aussicht. Und da wird es glaube ich wieder steinig gleich. Sehr schön, das freut mich. Dann machen wir hier wieder ein Folgenpäuschen, Spitze, bedanke mich, bis dann.